Als ich letztens aus meinem Auto rausgestiegen bin, kam eine junge Frau mit ihrer kleinen Tochter, zeigte die Tochter auf mich, Mama, guck mal, ist das ein Umweltnazi? Und die Tochter sagte, ja Mädchen, guck nicht so hin. Und da habe ich gesagt. Na und? Umweltnazi und stolz darauf. Mein BMW hat 16 Ventile, genug PS, fährt mehr als 180 Stundenkilometern und ist auch noch eine Automatik. Braucht also noch mehr von dem Super Plus Benzin, was ich jede Woche tanken muss. Also, nevermind. God bye. Umweltnazi und stolz darauf. Take care of yourself guys.